Guten Morgen, liebe Leute. Wie ihr seht, ich bin da ein bisschen gewandert, weil in 15 Minuten geht da die Sonne auf und das Spektakel mag ich mir von hier oben anschauen. Ist halt wow, wow, amazing. Tagesupdate, ja, Sunset, Sunrise Hiking. Wenn ich so komme, tun wir schnell frühstücken ein bisschen und dann haben wir ein Playing Date with the kids. Wir fahren wieder zum See, ich nehme Sub mit, ich paddel eine Runde. Oh ja, ich habe mir gestern eine Route ausgesucht, ich gehe nächste Woche. Ich habe mir eins selber bestellt für hier, weil die sind hier so arschgünstig und die Qualität ist einfach der Hammer. Und dann habe ich mir jetzt noch eins bestellt und das kannst du sie dann behalten. Oder naja, möglicherweise habe ich dann zwei. Nee, ach, ich behalte, ich bringe mein eigenes her. Irgendwann vielleicht, eventuell. Und ich paddel dann nächste Woche von einem See zum anderen über den Salt River. Das sind alles so Schluchten, da hat es Höhlen. Und oh, da werde ich sicher eine Woche unterwegs sein. Ich hoffe, dass ich eine Woche unterwegs bin. Hin und zurück. Das ist, denke ich, eine Woche wird das gut sein. Ich nehme meine Hängematte mit, penne dann eine Hängematte, weil auf dem Sub, ich weiß nicht, wegen Skorpionen und es hat ja hier so viel. Und schlange kipptige Tierchen und nehme ich lieber meine Hängematte mit und schlafe dann in der Nacht in meiner Hammock. Und ja, das ist mal so das Tagesupdate für heute. Eine Englisch-Deutsch-Klasse machen wir noch am Nachmittag. Und ja, heute Nachmittagabend gehe ich aus, habe ich einen Delt mit einem Kanadier. Oh Gott, der ist verdammt heiß. Mal schauen, was es das gibt. Ja, ich mache nachher noch mal ein Video, wenn die Sonne aufgeht. Ich frühstücke noch, chill noch ein bisschen und dann geht es wieder runter. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bye, bye.